In your face Er ist ein Goldapfel vielleicht? Ja, gefällt Hallo Leute und heute ein Let's Play mit Amtsu und mir Xaloxo51 bei GamesCraft Let's Play Ja, wir sind auf der Arena 6, die jetzt auch schon beginnt und let's go Sag doch auch mal was Hallo, hallo, ja Hallo Und da haben wir schon ein Holzschwert Pfeile Ja, lol, ich hab nur Lederstiefel Eine Lederhose Wo bist du? Wo bist du denn? So, mal kurz geordnet Warte, ich bin noch unten Ha, mein Schwert sieht so richtig beschissen aus auf Ende im Deck schon weg Komm hier Okay, warte Jetzt muss ich erstmal anziehen Hast du Essen? Und da kommt schon einer Na komm schnell Aber pass auf bei Fallen, gell Sind hier richtig heftig Ist die Map jetzt bugfrei oder? Also hast du das letzte Bug da? Ja, den hab ich schon lang gefixt Hinter uns kommen welche Lauf, 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 lauf Aber die Droh ist wahrscheinlich schon leer, aber Achtung hinter uns kommen welche Einfach weiterlaufen, lauf weiter Komm, komm, komm Hinter uns kommen schon welche Lauf Lauf Boah, lauf sogar nicht mehr drin, man Alter Okay, jetzt kann man sich schon schlagen Wir machen natürlich ein Team Weil wir sind ja die Let's Play Partner Genau, wir sind die Overpower Overpower mit Holzschwert und eher gar nichts Da rein du mal zur Droh Da drüben Oh, du hast das reingefallen Ui Ui, da Achtung Da kommen schon welche Achtung Lauf weg, lauf weg, lauf weg Lauf weg Ui, war was drin? Ja, ich hab ein Schwert Äh, Apfel Ha, der ist grad runtergefallen Sollen wir auf den, lauf, auf den gehen? Na, oder? Lass mal Ja, da drüben Lass mal mal gehen Da drüben sind du ja Ah, wir sind genau auf dem Server Gamescraft Der B ist natürlich in der Beschreibung Ja Hey, brauchst du nen Hanisch? Wo bist du? Ja, ich wohne Hanisch Wo bist du? Achso, warte, bleib mal stehen Ich komm zu dir Ja, ich steh doch Die war hinterm Berg, Mann So, hier Oh, danke Na, du hast eher Hanisch, Mann Achso, jetzt hast du Ich hab ne Hose für dich Ja, bitte ne Hose Gib mir ne Hose, süßer Dein Skin schaut so richtig fail aus, also Der von dem Deckschiff weg, Mann Ja, muss man machen, ne? Ja, weiterlaufen, oder? Ähm, runtergehen? Nein, 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 runtergehen Eher nicht Fein wie oben Oben ist so schön Das ist wie so ein Shifter gehen Das ist so mit Ruhen gewesen Super, das ist ja genau irgendwo Maust du essen? Ich hab 3 Äpfel Ich hab 3 von meinem Brot Ja Genau, perfekt Na, hier drin Na Wir nehmen's easy Easy, easy So, da Mal schauen, dass Jan nicht in den Ah, du hast so Steinschwert, gell? Ich hab ihn voll schwer Achso, ja, nimm's in die Hand, Mann Hä Lauf dir mal ohne Lauf dir hin Du musst aufm Essen verbrauchen Oh, da hinten sind richtig viele Ok, dann gehen wir lieber mal nicht hier hin Schade, schon da ist ein Problem Wieso, dann können wir die auch mal kennen, wir brauchen mehr Action, weißt du? Ja, eh, aber wenn wir jetzt drauf gehen Ja, egal Ja, egal Ja, egal Ist egal Ja, ja, ja Jetzt warte, ich renne nicht so schnell Nein, geh mal in Da war ins Geh mal in die Ja, jetzt ins Flugzeug Oder? Komm, was Flugzeug Ja, das ist nicht Nein, 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 nein Ich bin oben, ich bin in den ersten ersten Ist da jemand? Ne, da war eine Truhe, die war da schon da Also Ja, okay Du hast dein Holzschwert rausgeworfen Ich habe ein Holzschwert immer noch in der Hand Ich hatte nur eins, Mann Es geht mit dir los Oh, jetzt habe ich zwei Ich habe eins eben auf dem Boden gefunden Oh, der Versuch Wer suche, der findet Wo bist denn du? Ich bin noch unten Komm rauf, Süße Nee, nee Komm doch zu mir, Schatz Ich bin mir hier so allein Na, wo bist du jetzt aber wirklich, Mann? Ich weiß nicht Ich weiß selber nicht, wo ich bin Ich weiß selber nicht, wo ich bin In Minecraft, oder? Äh, nee, ich glaube Nee, Battlefield 3 Ja Oh, ich hatte alles sehr blockartig aus Aber egal Nee Auch da bist du Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Geh einfach runter Wo, 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 da kommen drei Fuck, wo bist du? Unter dir Oh mein Gott, da kommen wirklich drei Wo bist du, Mann, ich sehe dich nicht Ah, jetzt sehe ich dich Ich sehe dich schon Zu mir, schnell Schnell, schnell Ja, ja, und jetzt der Jump Wuuu Au Kommen die hinter uns? Ja Nein, 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 die laufen nicht zu uns Passt Da drüben ist es, glaube ich, eine Truhe Irgendwo da drüben Pass nur auf da Irgendwo sind sie Oh, doch, 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 die kommen, die kommen Die kommen, die kommen Echt? Okay, lauf weiter Ich geh nur zur Truhe Ah, nicht den Heildrang Fuck Kommt die echt her? Ja Ja, was ist? Lauf, Mulder Lauf Komm schon Ja Mama Nein, hier ist der Aufsperrungsstall Die kommen ja gar nicht mal Die laufen da drüben vorbei Warte, duck dich, duck dich Duck dich, hab ich gesagt Achso Hey, 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 das war nur ein Faustschlag Ganz leicht Hey, da sind du, ja Die sieht man fast Jetzt fehlt mir nur mal der Helm Boah So Hey Hey, Süßer Oh mein Gott, da sind die da ständig Oh, wo bist du? Achso Oh, 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 da sind zwei, Mann Oh, der hat noch Holzschwert, der hat noch Holzschwert Ja, ja, komm Ah, fuck Das war grad richtig fucking Ah, nicht dich Ah, ich hab ohne sich dich grad gehaut Ja Du hast den nämlich gekillt Wer hast glaubt, Alter Ja, ich bin halt Pro-Gamer Ja, ich hau die ganze Zeit auch drauf Du haust nicht mehr einmal drauf Und plötzlich kill den Du und Pro-Gamer Ha, lass ich nicht lache Hast du ein Kettenhemd? Ja Ja Nein, ich hab Gold Das war schlusser Ja, ich hab auch Gold Ah, ich komm da irgendwie nicht drauf Ich nehm den leichteren Weg Hey, wo ist der andere hin, weißt du das? Nee Es wird langsam dunkel Nein Jetzt will ich ganz runter, Mann Was ist das für ein Fail? Boah, hat der keine andere wo? Nee, der ist sicher reingelaufen Komm, rauf Der ist sicher da reingelaufen, glaub ich Jetzt komm auf das Flugzeug rauf, Mann, Junge Boah, Leute, wir fass uns das locker dran, ey Ja, will ich dir zutrauen Ähm, nee, ja Wie komm ich hier hoch? Ach, da? Nee Der duckt sicher sicher Nee, ich glaub der ist nicht da Da war kein Blitz Runter Alles kalt verarscht, scheinbar Boah, das ist der Vorteil bei Optifine Einmal kurz STRG drücken und dann Geht schon Dann geht was Dann ist eigentlich richtig cool Komm jetzt Wo bist du? Ah, da bist du Komm runter Hat er das nicht drüber? Ah, das ist nichts mehr gescheitzt Jetzt müssen wir immer runter, Mann Boah, ist doch egal Ich hab plötzlich immer Mega Falle Boah, bleu Das ist wieder was drin Nee Dann können wir mal wieder hochgehen Ja, na, jetzt können wir Ah, Alter, was willst du? Du musst mich verarschen, oder was? Boah, was ist hier? Ja, was hier wohl Und nicht geht sie runter Und nicht geht sie runter Ich stehe die ganze Zeit von meiner Marke und so, ne? Loil Okay, da, wollen wir da weiterren Boah, das sieht so bei aus so, ne? Ja, es ist so dunkel, man sieht nämlich nicht Hey, das ist Dings, das ist der Bahn, aber ich noch nie unten Meine Truhe Meine Truhe Meine Truhe Meine Truhe Meine Truhe Meine Truhe Was willst du denn überhaupt, Mann? Ich dachte, das ist eine Truhe Du scheiß Verarscher, Mann, ey Ah, da ist es gut Äh, ne Fick dich Ja, Goldschuhe Na, du musst es auch Ja, boah, Goldschuhe sind ja so gut, Mann, ey Nein, jetzt soll ich mein Schwert oder schließen, ne? Mein Schwert Ah, wir haben immer noch ein Ding, schwer, ich zeig Jetzt renn wir mal wieder rauf, oder mal da ist Licht Warte, ist hier auch ein Ding nach oben? Ja, jetzt auch mal Wo ist da ein Weg nach oben, ne? Das ist so, das ist ein Weg nach oben, ne? Bist schon blind, oder so, ne? Da oben ist nicht so Aber das ist geil nachgebaut worden Hey, das ist jetzt aber wirklich mal meine, Junge Ja, Goldhose! Ja, boah, Goldhose hab ich schon lang, Mann Ja? Ja, grad vorgekriegt Loll Ja, das war genau dann, wie du, ähm Wie du reingeschaut hast, und ich genau Wohin gehst du? Oh, oh Was ist das hier, bitte? Oh, ich dachte, da kommt nicht mehr raus, ey Ne, da kommt nicht mehr raus Oh, hier vorne ist gleich einer Hey, wir haben ganz gleiche Rüstung, gell? Und alle gleiche Schwert und alles auch Außer Helm haben wir alles Gold Okay, hier ist Traum, ey Boah, Leute, guck mal, wie ich aussehe Ja, gleich wie ich So, da Wie ich aussehe Gleich wie du, Mann Boah, hier sind ja gar keine mehr Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jo Hey, brauchst ein Goldapfel? Ah, ich hab... Hey, kannst du mir Dings geben, Pfeile, und ich geb dir einen Goldapfel? Ja, hier 17 Pfeile Ja, hier 17 Pfeile Ah, dann glaubst du nicht, da kriegst du aber keinen Goldapfel, ne? 20 Pfeile hab ich jetzt Mhahaha, in your face Er ist ein Goldapfel vielleicht? Ja, gefällt Ja, ähm, der liegt da nicht schon die ganze Zeit, ich jetzt hast Ja Okay, easy cheesy, ne? So, jetzt gehen wir mal suchen Angriff 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 Wir laufen in the sea Hallo in the sea Womba 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 Ging mein an Ah, da drum, da drum sind Pfeile Da drum, da drum, da drum Da drum, 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 drum Meine Truhe, meine Truhe, meine Truhe Meine Truhe, meine Truhe Ah, da sind nichts immer drin, man Ha Oh, komm mal, wir gehen da jetzt drauf Nicht, dass ich wieder rot auf der Lerbe Nee, wir gehen da nicht drauf, Mann Wir gehen da nicht drauf, Alter Wir gehen da nicht drauf, Alter Wir gehen nur zur Truhe Boah, ist da nicht auch eine Truhe gewesen, Alter? Was? Da hängen ich auch gerade nichts zu? Hinten war eine Truhe Wo bist du da? Oh, ich wollt grad n- Ah, das ist ein Goldapfel, Mann Mein Brot hat wie ein Goldapfel ausgeschört, Alter So, ich geh mal ganz nach oben und gucke Bist du da oben? Ja Okay Ich geh grad wieder runter Wieso, gehst du rauf? Ich geh runter, aber ja Soll ich den ins Face schießen? Schau auf, da kann ich den ins Face schießen Nee, lass mal So, jetzt gehen wir auf den Schritt, ne? Ja, jetzt geh, jetzt gräf mal an Dann Da hin, was sind die Reiche? Oh, grad mehr gerettet Die sind alle am Schief, Alter Und unten drin sind die alle, komm Warte Ah, das ist ein Gold, äh, ein Holzschwert Boah, schmieren und ein Holzschwert, ey Heiler, spielst du mir nach, mach mal Hau, mir nachzusprechen Ja, tut mir leid Okay, geh da drum, komm, komm Da nicht rein Wir wurden wenigstens ein Stein oder Eis, ein Schwert oder so Oder Gold Oder so